Ja hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf unserem YouTube-Kanal vom Techpool-Podcast. Heute mit etwas zumindest sehr unspektakulär anmutendem, aber ihr habt es im Thumbnail ja schon gesehen, also jetzt auch nichts, was wir jetzt verheimlichen müssen, aber doch etwas sehr Besonderem hier in diesem schwarzen Pappkarton, wenn man mal schauen mag, da ist auch nichts drauf, das kam auch so geliefert, also keine Fernsehbox oder irgendwas, sondern tatsächlich einfach nur eine schwarze Pappbox, aber sie beinhaltet doch was relativ Spektakuläres, wie ich finde und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, wir machen es gar nicht mehr so spannend und ihr seht hier schon, hier ist Glas, ein Glasblock drin, hier hinter ist nur verspiegelt, das legen wir mal so beiseite, dass jetzt hier die Kamera nicht abfilmt und was ist das? Das ist ein Chip, ein Apple-Chip, der, um genau zu sein, der Apple A7-Chip in Glas gefasst ist, kein richtiges Glas, das ist so Kunststoff, Kunststoff, na Plexiglas wahrscheinlich, ich bin da jetzt nicht so bewandert, aber ihr könnt das vielleicht sehen, es ist da sehr dünn drin eingelassen mit den Leitern hier überall ringsherum und so, aber am Ende geht es tatsächlich um diesen Chip, ich hoffe ihr könnt das sehen, ich glaube ihr könnt es sehr gut sehen, das ist ein Apple A7-Chip, 5 steht auch nochmal daneben, mit der Produktbezeichnung APL 5698, ja, also das ist tatsächlich ein kleines Goodie, das ist etwas zum Hinstellen, das ist ein, ja, für Fans von Apple oder von Technik generell ist das wirklich was sehr, sehr Besonderes, wie ich finde. Wo kommt der her? Und zwar kommt der von Grid Studios, nennt sich das, Grid Studios, wer es nicht kennt, die machen so iPhones, die sie auseinanderbauen, alte iPhones, die sie auseinanderbauen und dann in ihren Einzelteilen in sogenannten Explosionszeichnungen, zumindest nennt man das so, diese Teile dann wieder aufkleben in einen Rahmen und das kann man sich dann an die Wand hängen, ist relativ teuer, das hier ist nicht ganz so teuer, kostet irgendwas zwischen 40 und 60 Dollar, glaube ich, oder so, so ein Ding, das ist manchmal im Angebot, manchmal nicht im Angebot, das verstehe ich auch nicht so ganz, das ist auch nicht immer auf Lager, ich habe sehr lange darauf gewartet, es ist aber trotzdem, wie gesagt, für Fans einfach wirklich mega cool, sich so hinzustellen, das passt auf jeden Schreibtisch irgendwie rauf oder wo man es eben noch so hinstellen kann. Ich habe es auch verschenkt, ja, ich habe zudem direkt noch einen zweiten gekauft und den auch verschenkt, also ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Geschenkidee, aber ich versuche mal so ein bisschen den hier einzufangen, dass man das irgendwie sieht, wie cool das wirklich tatsächlich ist. Der A7-Chip, muss man vielleicht dazu sagen, ist von Apple entwickelt, aber von Samsung gebaut, ist 2013 eingeführt worden zum iPhone 5S, also es ist schon ein relativ alter Chip, wir sind ja nun mittlerweile auch schon ein paar Generationen weiter, nichtsdestotrotz war der relativ bedeutend, denn quasi der A7 war halt der erste, der auf 64-Bit ARM-Architektur basiert hat, es war kein ARM-Chip an sich, aber er hat auf ARM-Architektur basiert, also er war nicht ARM-zertifiziert, deswegen ARM-Architektur ist da immer ganz wichtig, dass man das sagt, aber er hat wohl die Umstellung außer laut TSMC bei ARM-Prozessoren auf 64-Bit-Basis beschleunigt, ja, dass das einfach als Vorreiter gilt, deswegen ist er auch einfach was relativ Besonderes, wie ich finde, der macht halt wirklich, wirklich was her und ist halt, ja, ich sag mal, jeder Apple-A-Chip ist irgendwie besonders, auch der M1-Chip ist sehr besonders, der wird hoffentlich vielleicht auch mal in sowas hier gegossen werden oder so eingelassen werden, aber es war der erste mit 64-Bit und deswegen ist er schon doch ein bisschen ikonischer und definitiv was Besonderes, wie ich finde. Ihr könnt auch mal die Rückseite nochmal anschauen, da sehen wir, ja, nichts, was jetzt irgendwie noch spektakulär wäre. Wie gesagt, ist im iPhone 5s verbaut worden, im iPad Mini glaube ich noch und im iPad Air 2 oder so, sowas in dem Dreh. Ja, also haben sicherlich, also wer jetzt schon ein bisschen länger dabei ist, hat schon mal mit diesem Chip zu tun gehabt, er hat 1,3 GHz Taktung und ja, ansonsten relativ spannende Sachen, es war halt wirklich so das erste, das muss man halt einfach sagen, diese 64-Bit waren halt wirklich doch sehr besonders und weil es halt eben der erste System-on-the-Chip war, also der erste SoC mit 64-Bit, das ist relativ, relativ wichtig. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ein SoC ist quasi, also System-on-the-Chip sagt ja der Name schon und der hat jetzt quasi die 64-Bit-Arm-CPU mit einem Grafikprozessor und einem Hauptspeicher quasi auf diesem Chip hier vereint und übernimmt noch die herkömmlichen Funktionen von einem PC-Chip-Satz, also es ist krass, was in diesem kleinen Ding hier drin steckt. Ich wollte das nur kurz mit euch teilen und definitiv da meine Empfehlung als Geschenk-Idee aussprechen. Weihnachten ist zwar vorbei, aber ihr wisst, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, dementsprechend, wer da jemanden hat, der sich für sowas interessiert, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung zu den Grid Studios, ist auch kein Affiliate oder so, ich wollte es euch einfach nur nahe bringen und einfach dachte mir, ich zeige das euch mal, weil ich es wirklich mega spannend finde und mega interessant finde, auch einfach generell ist auch echt gut verarbeitet, so ein bisschen schmierig irgendwie, aber das ist glaube ich das Material, da muss man vielleicht einmal richtig abfischen und dann geht das auch wieder. Aber ja, es macht mir Spaß, das Ding anzugucken, also es beeindruckt mich wirklich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und das ist auch echt cool dargestellt hier mit dem allen. Habt ihr sowas auch? Habt ihr vielleicht irgendwas von Grid Studio? Generell schon habt ihr so eine Explosionszeichen vom iPhone. Ich habe da immer noch eigene Projekte am Laufen, die ich aber noch nicht beendet habe, schon erste Aufnahmen vor Monaten gemacht habe und die müsste ich jetzt mal weiterführen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wie ihr auch das hier findet. Hattet ihr das iPhone 5S damals? Würde mich natürlich auch interessieren. Also habt ihr theoretisch schon mal mit dem A7 gearbeitet oder hattet ihr ein iPad Mini oder ein iPad Air 2, was es auch immer noch war? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Jetzt ist es nur das iPad Air, lese ich hier gerade nochmal parallel gegen. Das iPad Air das erste, iPad Mini 2 und iPad Mini 3. So ist es richtig. Also hattet ihr eins davon? Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo hier für den Kanal. Es kommen jetzt wieder mehr Videos und jede Woche natürlich auch immer eine neue Folge vom TechBoo Podcast. Jeden Freitag überall da, wo es Podcasts gibt. Auch die Links zum Podcast findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es kann man wirklich überall hören. Dann würde ich sagen, blende ich euch hier noch ein paar Videos ein, die ihr gerne auf dem Kanal weiterschauen könnt. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, ein Abo dalassen. Dann war es das schon für dieses Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.